Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. So und jetzt werden wir das Rohr erstmal nach links drehen, mal gucken. Geht nicht. Also auch nach rechts. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh weia. Ja schnell und dort rein. Und dann Tür zu. Kann man die Tür nicht zumachen? Ich würde lieber die Tür hinter mir zumachen wollen. Immer dieses Rot hier überall unten und so. Wahrscheinlich weil sie einfach mal in der Nähe sind. So jetzt kann ich das ja trotzdem nicht zumachen. Nee, nee. Geht das jetzt? Ah, das war O. Oh Scheiße. Oh, das war Chuck. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, da bin ich, nein. Das wollte ich nicht, nein, nein. Das wollte ich nicht, nein. Ja, das, ja, war gerade mal eben. Ach so, das wollte ich gar nicht. Das ist halt das Problem, wenn man einfach nur reagiert und nicht nachdenkt. Das wollte ich endlich machen. Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn jetzt tun? Nein, die Musik. Nein, 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 nein. Oh Gott. Werden wir das noch mal probieren. Okay. Jetzt besonnener reagieren. Oh Gott, warte, 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 warte. Ich dachte, das ist jetzt eh schon passiert, weil... Weil dort oben hier stand, du hast dich irgendwie entschieden, dass die Walker und so, ne? Ach, hier. Wieso nicht? Oh, Alter. Aber die gehört auch dort oben hin. Hm, haben wir doch jetzt gerade gesehen. Psst, nicht so laut. Ja, hier oben. Mit ein bisschen Hüpfen? Ah. Probieren wir trotzdem das hier hinten, damit wir es einfach, weil das irgendwie wieder alles zurückgesetzt wurde. Aber diesmal waren wir zum Glück ruhig. Ja, pscht. Meckere doch nicht so laut rum. Wir gucken natürlich erstmal... Ah, da ist so laut. Wir gucken natürlich erstmal alles an, bevor wir dann dort auch das da... damit arbeiten, sag ich mal. Ach, Chuck. Das ist schade, den mochte ich auch. Oh, Fallout. Ja, und jetzt ist hier nicht mehr viel mit Schutz, weil, ähm, Schild weg. Nice. Hier sollten wir vielleicht unsere Leute runterbringen. Mal gucken, falls hier nicht jemand, äh, ist. Ach so. Ach so. Ach so, besser wäre es gut, um sich zu einfach zurückzuke Wer ist hier? Ich glaube, du besser sprechen. Ich bin hier mit einem kleinen Grupp, hoping zu finden ein Boot. Ich wollte nur hier raus. Wie geht es mir einfach? Es gibt keine Boot hier. Crawford hat alles genommen. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertraut, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Er schießt ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr als ein Mensch von Crawford uns gezeigt. Ich denke, Vernon. Was denkst du, wenn sie herausfinden, dass wir hier unten stehen? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann nicht den Risiken. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, du bist auch nicht. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Bleib zurück! Oder ich versuche, ich werde schrauben. Ich habe gesagt, er ist ein Mensch. Worauf b denkst du? Was war denn das jetzt? Bloß weil ich die Waffe nicht genommen, mönööööööööhhh Alles von vorne. Auf, alles von vorne. Tut mir leid. Wusste nicht. Aber so hat man wenigstens die Chance mehrere Sachen auszuprobieren. Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen, ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr von der Merse als jemand von Crawford uns gezeigt. Ich denke, Vernon. Was denkst du, wenn du sie hier findest, dass wir hier unten stehen? Verdammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Du kannst das Risiko. Ich bin nicht von Crawford, aber ich habe gesehen, was sie dort gemacht hat. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, du bist auch nicht. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Keep zurück, oder ich versuche, ich werde schreit. Es ist okay. Es ist okay. Vernon, was du in die Hände machst? Vernon! Relax. Ich bin nicht hier für dich. Ich bin nicht von Crawford. Ich bin nicht von Crawford. Nein, ich bin wirklich nicht. Nun, wir sind. Wir sind, oder waren. Wir sind weg, als sie angefangen haben, den Ort zu verbrechen. Wir haben angefangen, zu verbrechen und zu verbrechen und zu verbrechen, damit die perfekte Bevölkerung nicht zu verbrechen. Kein Platz für verbrechen oder zu verbrechen, in der kleine Master Race. Du bist nicht so verbrechen. Also, du bist krank? Wir sind krank. Wir sind krank. Wir sind alle Mitglieder der Cancer Survivors Group, die hier in der Krankenhäuser befinden. Wir sind in remission. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben uns bereits fünf von uns bevor die resten haben, zu holen und zu verbrechen von ihnen hier. Das alte Basement wurde seit Jahren verbrechen. Was ist das? A morg? Ja. Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich für einen Ort zu verbrechen. Wie hast du hier gefunden? Ein paar von uns getrennt von walkern auf der Straße. Wir kamen hier zu versuchen, zu wegzukommen. Jetzt möchte ich hier raus, und zurück zu meinen eigenen Menschen. Das System der Säuersystem du kam durch, läuft all über die Stadt. Es wird dich woher, wo du willst. Das ist alles, Die Ecke. Die Ecke sind wie ein verdammter Mase. Any chance du kannst du mich mit der Rückkehr zu finden? Herr, ich würde dir helfen, aber wir haben doch alle unsere eigenen Probleme. Die Kinder sind alle verbrechen. Die zwei unserer Gruppe sind und brauchen immer wieder sich dafür zu verbrechen. und ich bin der einzige Doktor hier. Besides, warum wir dich helfen müssen? Sie sind deine Frau? Nein, sie hat ihre realen Eltern verloren. Ich mache das, was ich kann. Ach, wie nett. Der ist ja lieb. Das leckt ein bisschen irgendwie, kann das sein? Oder liegt das hier an dem Kerzenlicht? Errungenschaft freigeschaltet. Die Unterstützergruppe. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, du hast es zurück. Wer ist das? Wer ist das? Er hat mich nicht erzählt. Ich bin derjenige, der seine Arschlöcher hat. Wer ist das Fossil? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Er hat mir geholfen, nachdem wir uns verabschieden sind. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Irgendwie erinnert er mich an Herschel. Lee, danke Gott, du bist zurück. Christa, was ist falsch? Es ist Omead. Er hat etwas schlimmer geworden. Wir haben einen Mann verabschiedet. Wer ist das? Der erinnert mich echt an Herschel. Ich komme hier gar nicht wirklich zum Reden momentan. Passiert so viel. Aber ist ja auch nicht schlimm. Viel Story halt. Finde ich gut. Du bist gut. Lee hat einen Doktor gebracht. All right. Let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Clementine. Clementine? Hm. Wo waren die beiden jetzt drin? Da, ne? Gehen wir einfach mal da hin. Clementine. Aber wenn sie da ist, ähm, die Molly, dann denke ich mal, werden Kenny und Clementine auch da sein. Was? 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 Auf den Arsch hauen. Haha. Hät sie bestimmt gerne. Da. Ja, lass mich doch ein bisschen umgucken. Bist du hinter der Truhe? Schlafzimmer, Schlafzimmer. Wie viele Schlafzimmer gibt es denn hier? Hm. Badezimmer. Arbeitzimmer. Mit Glastüren. Das ist natürlich auch geil. Eine Zeichnung von Clementine. Oh. Oh, sie hat Lee gezeichnet, wie er entweder den Hund vergräbt oder den Hund und den Jungen. Ah, die Musik ist ganz spannend, aber ich denke mal, dass es ihr gut geht. Weiß nicht. Ich vermute es mal. Ah, okay. Gut, da geht es nicht mehr lang. Ich geh einfach mal hier rein. Ich glaube, da kommt man auch von dem anderen Schlafzimmer dort rein, oder? Klingt nicht, als ob es dem so gut geht. Oh, hier ging es noch mal in ein anderes Schlafzimmer. Ich gucke einfach mal. Und sie hockt immer noch auf dem Boden. Das könnte man auch falsch sehen, so wie sie dort hockt, aber nein. So, das ist jetzt ein anderes Schlafzimmer. Wir sind ja aus dem Bad gekommen. Ist doch ein Bad. Aber ich habe doch, da stand doch Schlafzimmer drauf. Naja. Ach, das war nur die Schlafzimmertür und das jetzt ist die Badzimmertür. Natürlich. Ja, schrei mir doch nicht so ins Ohr. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich habe auch immer einen Schlafzimmer mit einem Schlafzimmer. Ich habe mich gerade gegrennt. Er läuft ja... Läuft ja lustig die Treppen runter. Oh man. Hey, du hast sie zurück. Guten Job. Oh man. Was glaubst du, was du machst? Wie sieht es aus? Wo hast du die Bottle? Findest du. Das erste gute Sache, die seit... Hey, mach es einfach. Ich glaube, du hast genug. To hell mit dir! Getting verletzt wird niemand helfen. Ja? Was ist das? Wir sind verletzt! Molly hat gesagt, dass es nicht ein einziges Boot gibt in Savannah. Kein Weg raus. Wir haben Walkers rund um uns. Das verrückte F*** auf dem Radio mit uns. Hell, wenn es jetzt nicht Zeit für einen Drink ist... Wenn die Dinger alle sind, die Flaschen... Was macht er dann? Oh man... Oh man Leute... Errungenschaft freigeschaltet. Der Umgang mit Kranken. Oh, ich habe eine Vermutung. Das Walkie Talkie. Ach du Scheiße. Og nun? Sie wird ja wohl kaum in der Hundehütte stecken. Hm. Das dachte ich mir. Aber wo könnte es sein? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Da ist also irgendwas drinnen. Und was es ist. Weil warum sollte Clementine dagegen hauen? Wenn sie reinkommen, müsste sie auch wieder rauskommen. Aber was oder wer es ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.